Musik Wir freuen uns, dass der Markt wieder beginnt, weil das einfach mit dazugehört in dieser Zeit und weil wir uns einig sind, dass wir uns das nicht nehmen lassen durch das Schreckliche, was hier vor einem Jahr geschehen ist. Mein Gefühl ist, ja, man denkt da schon dran an dieses Unglück und es ist auch bedrückend, würde ich sagen. Man rechnet ja immer mal damit und schützen kann man sich ja überhaupt nicht davor. Man kann sich doch nicht verstecken, man kann doch jetzt nicht sagen, also um Gottes Willen, alles vorbei, die Welt geht unter. Nein, das Leben geht doch weiter. Und ich finde es gut, dass der Weihnachtsmarkt wieder aufgemacht hat. Okay. Untertitelung des ZDF, 2020